Moin Moin! Hallo und herzlich Willkommen zu BauFix24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerung, es geht um das liebe Finanzamt. In diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal 4, 4,5 Jahre für eine große Deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Was ich Ihnen einfach sagen will, der Markt ist einfach anders und große Preisverhandlungen sind einfach im Moment aus meiner Sicht nicht drin. Es sei denn, Sie gehen weiter nach draußen und gehen nach Pittelberg, Quickborn und so weiter. Da sind die Märkte noch ein bisschen anders. Aber auch dort zieht die Nachfrage an. Sie können immer folgendes sagen, wenn Sie Hamburg nehmen, Außenalster, alles drumherum, wird als erstes richtig teuer. Dann merken die Leute, Mensch, Harvest Rude geht nicht mehr, jetzt gehe ich nach Roter Baum. Und dann merken Sie, Eppendorf geht nicht mehr, jetzt gehe ich nach Heimsbüttel. Und von Heimsbüttel geht in so ein Badenfeld. Ja, und so geht das wie so ein Stein, den Sie in den See werfen und zieht das so Kreise. Also ganz wichtig, da ist preislich im Moment nicht richtig drin. Entscheidend ist, dass Sie gut vorbereitet sind und wenn Sie wirklich Ihr Haus haben, dass im Idealfall die Finanzierung steht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.